Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Beate Borog. Bei Neubauwohnungen und Häusern nehmen die Familien in neun von zehn Fällen das Wohneigentumförderprogramm für Familien, kurz CHOC, in Anspruch, geht aus den neuesten Statistiken hervor. Bis Ende des Sommers wurde es von rund einer halben Million Menschen beansprucht. Inzwischen hat auch schon das Familienschutzprogramm gestartet. Staatssekretärin Kotorinovac erklärte, dass das Ziel sei, Ungarn früher oder später zu einem echten familienfreundlichen Land umzuwandeln. Die Familie Volz aus Jula bewarb sich im Mai letztes Jahres um dem Wohneigentumförderprogramm für Familien und erhielt die maximale Subvention, mit der sie ihr neues Haus bauten. Uns geht es viel besser, weil wir Zeit miteinander verbringen können. Wir haben mehr Platz und die Kinder haben Platz zum Spielen. Mehr als die Hälfte der unterstützten Familien, wie auch sie, haben zwei Kinder. Viele planen jedoch eine Familienerweiterung. Bisher wurde die Geburt von 55.000 Babys versprochen. Familien würden in neun von zehn Fällen das Wohneigentumförderprogramm für Familien beantragen, um eine neue Wohnung oder Haus zu bauen. Darüber sprach am Montag die ungarische Staatssekretärin für Familie und Jugend. Diejenigen, die den Erwerb einer Eigentumswohnung planen, eine neue oder gebrauchte Immobilie kaufen oder ein Haus bauen wollen und in der Zukunft Kinder haben möchten oder bereits ein Kind haben, informieren sich in der Regel und nutzen das Wohneigentumförderprogramm, sagte Kotalin Nowak. Tchok ist die wichtigste Komponente des staatlichen Beihilfeprogrammes für Familien zur Schaffung von Eigenheimen. Bisher wurden für ungarische Familien 340 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Die ab dem 1. Juli in Kraft getretenen Förderungen der Regierung werden von immer mehr Menschen beantragt. Fast 40.000 Ehepaare haben bereits die Babyprämie in Anspruch genommen. Eschwan Talos hat einen erheblichen Vorsprung gegenüber den anderen Kandidaten in Budapest. Aber es könnte noch versteckte Wähler geben, die den Ausgang der Kommunalwahl noch beeinflussen können, zeigt die Umfrage des Nisipon-Forschungsinstitutes. Etwa zwei Drittel der Budapester halten den abtierenden Oberbürgermeister für geeignet, wobei zwei Drittel oder sogar mehr Menschen denken, dass die anderen drei Kandidaten ungeeignet seien. Nur nach einem Drittel der Befragten sei Gergai Corracion ein geeigneter Kandidat für den Posten des Oberbürgermeisters. Dies geht aus der neuesten Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Nisipon hervor. Analysten zufolge habe der Oberbürgermeisterkandidate der Linken den mit seinem Namen in Verbindung gebrachten Skandal um den veröffentlichten Tonaufnahmen hinter sich gelassen. Sichchancen gegen den amtierenden Oberbürgermeister Ischwan Torlos könne er sich jedoch kaum ausrechnen. Die besagte Tonaufnahme, die den linksliberalen Zusammenschluss im schlechten Licht darstellen lässt, kam vor etwa anderthalb Wochen an die Öffentlichkeit. Darin bezeichnete Gergai Corracion seine verbündeten Bürgermeisterkandidaten von der Partei Deka und MSP als chancenlos oder untauglich. Bezüglich Suglo sagte Corracion, wenn die Sozialisten dort gewinnen würden, würden sie den Bezirk ausplündern. Der Leiter des Meinungsforschungsinstitutes erklärte, ein Drittel der Befragten seien der Ansicht, Corracion solle seine Kandidatur zum Oberbürgermeisteranwärter zurückziehen. Nur 40 Prozent der von den Wahlberechtigten als sicherer Wähler geltenden Menschen würden für den Politiker der Partei Parbeset stimmen, während bereits die letzte Woche der Wahlkampagne läuft. Die Frustrierten würden sich den Wählerkreis des Robert Pugel anschließen. Der parteilose Oberbürgermeisterkandidat stehe unter den sicheren Wählern bereits bei 7 Prozent der Stimmen. Währenddessen prophezeit die Umfrage einen eindeutigen Sieg für Torlos, der weiterhin einen komfortablen Vorsprung auf seine Herausforderer hat. 67 Prozent der Budapester rechnen damit, dass der amtierende Oberbürgermeister seinen Amt beibehalten werde. Fast zwei Drittel der Befragten halten Torlos für den geeignetsten Kandidaten. Die ungarische Post gibt eine Spezialbriefmarke zum Anlass des Weltwassergipfels in Budapest heraus. Die Veranstaltung beginnt nächste Woche am Dienstag. Es ist bereits Tradition, dass auch die Post darauf aufmerksam macht. Das Hauptthema in diesem Jahr ist, wie der globalen Wasserkrise vorgebeugt werden könnte. Staatspräsident Janusz Ader sagte, dass Politiker, Geschätzleute, Erfinder und Wissenschaftler jetzt nach Budapest kommen, um gemeinsam Lösungen zu finden. Wie der Slogan auch andeutete, ist das Ziel, die Wasserkrise zu verhindern. Was können wir also tun, um sicherzustellen, dass es kein größeres Problem geben wird? Sei es die Rede von zu viel Wasser, zu wenig Wasser oder von verschmutztem Wasser. Das Ziel ist, ein größeres Problem zu verhindern. Und wo das Unglück schon passiert ist, leider gibt es viele solcher Orte auf der Welt. Dort ist es wichtig, sich den Umständen effektiv anzupassen, anders gesagt, zu adaptieren. Im Fuga-Architekturzentrum wurde eine Ausstellung mit dem Titel Matamorphose aus den Werken der ungarischstämmigen und in Frankreich arbeitenden Fotokünstlern Lucien R.W. und Sohn Rodolf eröffnet. Lucien wurde durch seine Gebäudefotos berühmt, Rodolf durch seine abstrakten Fotos. 1990 zog er zurück nach Budapest und erlangte weitere Berühmtheit in der Underground-Szene. Das heute begonnene russische Musikfestival geht bis Samstag in Budapest. Das Eröffnungskonzert fand in der Musikakademie statt. An allen Wochentagen werden im hauptstädtischen russischen Kulturzentrum und an diversen Standorten in der Brezen weitere Konzerte veranstaltet. Zum krönenden Abschluss der Veranstaltungsreihe wird ein großzügiges Chorkonzert Nachtwesper von Tchaikovsky in der Sankt Stefans Basilika von Budapest gegeben. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017